Yo yo yo, der freshste Kanake ist wieder am Start und ist fresher denn je, meine lieben Freunde. Die Rede ist natürlich von dem Rapper Say It. Say It hat vor einigen Tagen oder vielleicht vor einigen Stunden sogar, ich weiß jetzt nicht wann ihr euch dieses Video reinzieht, meine lieben Freunde, einige Sticheleien gegen eine anonyme Person rausgehauen, würde ich mal so sagen, ja. Also es wird auf jeden Fall ein Display geben, der wird die Tage vielleicht eventuell irgendwann mal online kommen. Einen richtigen Release-Datum gibt es leider nicht. Die Single ist schon bekannt, wie sie heißen wird, und ob sie auch wirklich so heißt, das weiß ich leider nicht, meine lieben Freunde. Man kann sich auf jeden Fall auf Instagram diese ganze Story reinziehen, müsste glaube ich noch aktiv sein, ansonsten könnt ihr euch natürlich die jetzt hier reinziehen, meine lieben Freunde, ja. Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, der Family geht's gut. Und zwar melde ich mich mal hier zu Wort mit einer wichtigen Ansage. Ich habe einen Song gemacht, den habe ich auch ganz am Anfang in den Kommentaren erwähnt. Ich habe gesagt, Paragraf 84 wird ein Song sein, der mir auch am Herzen liegt. Da habe ich ein paar Sachen zu sagen, ein paar Dankesagungen. Und die Trennung, warum es zur Trennung kam, das werde ich euch auch sagen, musikalisch. Und der Song ist fertig. Der Song ist fertig, Video wurde auch abgedreht und er wird auch kommen. Da kannst du, mein Freund, alles versuchen, was du möchtest. Der Song wird kommen. Ich erkläre euch mal was. Leider Gottes gibt es sowas nicht wie Meinungsfreiheit. Was für Meinungsfreiheit, Alter. Ich dachte, wir leben in einem Land, wo wir sagen können, was wir wollen. Aber anscheinend ist das nicht so. Das haben wir auch bei einem guten Mäus gesehen. Sobald du irgendwas sagst, kommen die mit Anwälten um die Ecke. Und diesen Fall habe ich gerade. Ja, machst du einstweilige Verfügung. Tamam, okay, mach. Ach, trotzdem, trotzdem haue ich den Song raus. Menschen sind so. Die können austeilen. Die können schießen. Aber sobald jemand zurückantworten will, dann kriegen die Paranoia. Dann müssen die Anwälte einschalten. Ach, ach, ach. Aber kein Problem. Ich habe eine Lücke gefunden, mein Freund. Dein Name wird weggepiept. Dein Name wird unkenntlich gemacht. Ach, dann kann ich doch den Song releasen. Dann kann ich es doch machen. Und ich denke mal, ihr seid so schlau, Freunde. Ihr werdet schon herausfinden, wer diejenige Person ist, den ich da meine bei dem Song. Und in diesem Sinne, Freunde. Ich lasse mir nichts verbieten von keinem. Ich werde meinen Mund nicht halten. Seid gespannt. Schwarzmond.com In dein Gesicht, mein Freund. In your face. Schwarzmond.com Und Und Eine Sache noch zu dir. Ich weiß, dass du meine Storys schaust. Glaube mir. Versuch nicht mit aller Kraft, die du hast, diesen Song irgendwie trotzdem zu sperren. Versuch's nicht. Weil ich bin auch gnädig gewesen. Ich war wirklich Seid wachsam, Freunde. Schwarzmond wird safe kommen. Und nach diesem Song, mein Freund, überlegst du dir zweimal, ob du irgendwelche Faxen bei Menschen machst. Peace. Gegen wen haut Seid da einige Seitenhiebe raus. Er betont natürlich nicht, dass er irgendeinen Namen nennt. Aber wahrscheinlich wird er in dem Track einige Namen nennen. Oder vielleicht einen Namen nennen. Man weiß nicht, wer es sein könnte. Man weiß auf jeden Fall, als Seid bei Alpha Music noch unter Vertrag, meine lieben Freunde, haben wirklich sehr viele in der Szene Seid sehr gehatet. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt gegen wen da da was rauskommt, meine lieben Freunde. Yo, das war's mit unserer Folge Rap Talk, Freunde. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es gibt hier regelmäßige Rap News und Rap Talk Videos. Hin und wieder würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal ein Like da lässt oder mal ein Abo da lässt. Das wäre natürlich auch super. Ich danke euch fürs Einschalten auf jeden Fall. Für jeden einzelnen Klick von euch danke ich euch. Ich küsse eure Augen und eure Augenlider. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out. Peace and out.